Ich bin grad in der Videothek gewesen, ey. Ja, ne, ist auch Horrorfilme für Frauen, ey. Ey, die Regale sind voll mit Horrorfilmen für Frauen, ey. Voll, 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 super, ey. Irgendwie alle heißen, ey. Gottes Angst im Vorwaschgang. Killerklammern außer Rand und Band. Die WC-Ente beißt zurück, ey. Ey, ich hab jetzt eigentlich die nächste Messika, ey. Ey, Messika oder das Spiegelblanke entsetzen, ey. Ey, das ist eine Hauffrau, ne? Eine ganz normale Hauffrau, ey. Morgen zum 6.30 Uhr, ich stimmel bei denen der Wecker, ey. Dreh, dreh, ey. Ey, siehst du mir bei denen, die Drüsel schwirlern hier. Schwirl, schwirl. Ich denk die Hauffrau, als erstes mal, geh ich mal aufs Klo, ey. Huh, normal, huh. Ey, dann geht die zum Ballerzimmer, ist der Ballerzimmer besetzt, ey. Ist ja der Sohn drin, der Harry. Ey, da klingelt die, da rappelt die an der Klinke, ey. Ey, ey, Harry, bist du da drinnen, ey? Hört von drinnen eine Stimme, ey, alte Verpiss dich. Huh, huh, huh. Ey, dann geht die Hausfrau ganz stumm weg. Da holt die als erstes mal, die Axt. Huh, huh, huh. Korrekt. Krachsplitter, die Tür voll im Arsch, die Axt voll im Harry. Huh, huh, huh. Ey, jetzt soll ich grad sagen, ich will, wirst du noch ein bisschen unter die Stimme von ihrem Mann? Ey, Mutti, wo bleibt der Kaffee? Huh, huh. Ey, wo die das Mutti hört, na, da hat die voll den Dorn, die Stereotoneffekt, ey. Mutti, 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 Mutti. Ey, ey, dann geht die runter in die Küche, ey, dann fragt sie den Essen, so ganz scheißfreundlich, na, Schatz, wie würdest du die Eier denn heute Morgen? Huh, huh, huh. Äh, hart oder weich, ey? Ey, dann sagt die nicht immer weich, Mutti. Und die hat Mutti, und die hat wieder voll den Stahl, ey. Mutti, 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 Mutti. Da geht die zu der Schauplane, da holt die das Nudel-Rals raus. Und da haut die dann erst mal voll in die Samenbeutel rein. Ein Wop, huh, 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 huh. Ey, der Typ Krömen, Aua, Winsel, huh, huh, huh. Ey, jetzt habt die mitleid mit dem, ey. Mit das Brotmesser haut ihr das zwischen die Schutterblätter bis zum Anschlag Spritze. Jetzt seh ich den Knüppler total tot in der Lache rum, oder was, die Hausröbel, grad wenn sie schmott holen, da klingelt es. Zweimal. Die Post. Das passt ihr jetzt gar nicht. Und im Saumomoment der Wasserkessel am Flöten, da huh, 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 huh. Da geht sie zu dem Herd, macht den Herd aus, nimmt den Wasserkessel, geht zu Haus, dir macht die Haustüre auf, schiebt in der Brief, sagt er, ist voll am lächeln, die Hausröbel voll am schütten, schütz, schütz, huh, huh, huh. Ein Brief, da klingelt die Haut, perl, lap, ey. Verbrennen und dritten Grad, das ist ey, super gemacht, ey. Huh, 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 huh. Ey, pass auf, jetzt bricht ihm der Kreislauf zusammen, ey. Jetzt riecht er in den Vorgarten rum, ey. Da denkt die Hausfrau, oh, pfff, was soll denn jetzt die Nachbarn denken, ey? Jetzt nimmt die den an den Füßen, zieht ihn in das Haus hinein, Richtung Kellertreppe, die ganzen Stufen runter, ptom, 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 in der Typ voll die Beulen, ey. Ey, super, ey. Es war doch selbst schott, ey, was klingelt jetzt zweimal, der Doof, ey. Ey, pass auf, jetzt ist der Schnitt, die Hausfrau steht in ihrem Kittel da, hat die Waschküche voll um funktioniert, für ne Futterkammer gemacht, ne? Und der Briefsteiger hängt nackt an der Wäscheleine in der innere Position. Hier... Es hängt, der Briefsteiger. Und das sieht total lustig aus. In der Waschgeschichte ist ja kalt. Und der Briefsteiger ist nackt. So kalt ist es da. Jetzt kommt die Hausfrau, erst mal die Rolavenpixer und er hat den mich voll in die Bauchdecken gerannt. Der Typ witzelt um Gnade. Ey, Gnade, Gnade. Ey, sagt die Hausfrau, Gnade ist ausverkauft. Nimmt die Gustein und den Brat an und hängt die all die Rolavenpixer mit dran. Der Typ ist total fertig. Dann macht die Hausfrau noch die Schneiderböcknummer, ey. Kennst du die Schneiderböcknummer? Ey, von Willi Busch, Schneiderböck, die Nummer mit dem Bügeleisen, ey. Ziiiiiisch. Typ total geblättert, ey. Hausfrau nimmt den Falte, den legt er in die Wäsche, schrank hinein, will sich auch nichts nachsachen lassen. Geht rauf in die gute Stube und denkt zum Beispiel die Spur, das war aber anscheinend der Vormittag. Der Vormittag war Vormittag. Und geht so vor ihrem Fernseher. Ey, zappt sich, da wirst die Kanäle, zapp, zapp, zapp. Ey, bestest du keine Nobiblüme, ey. Ey, Nobiblüme, im Fernseher ist am Labern, da voll die Seuche. Ey, laber, laber. Ey, Pflegezustoffe total gecancelt, ey. Hausfrau total geschockt, ey. Geht nach nebenan in das Reihenhaus, wo der Echschwiegerfakt er wohnt, den die immer pflegen muss, ey. Alter Mann stinkröschel, die geht in das Badezimmer hinein. Ey, Badewandel. Ey, Stöpfe rein. Was für rein. Opa rein. Föhn rein. Föhn. Fisch. Ja, normal. Keine Kohle, keine Pflege. Korrekt. Ey, super föhnt gewesen, ey. Ich bin grad auf dem Weg in die Pflegepolitik mir noch einzuleihen. Hat auch nen geilen Titel, ey. Nur der Pudding hört seinen Schreien. Teil 2. Teil 2. Teil 3. Teil 3. Teil 3. Teil 4. Teil 4. Teil 4. Teil 5. Teil 5.